Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Hinbaum zur Europäischen Konferenz. Nach dem Spiel ist Frau Wiener gegen die PSG-Partner. Ich begrüße auch an die Gäste draußen, die Klub war, die in der Europäischen Union verfolgen können. Bei mir sind die beiden Tränen, Vitamin und Pugliari, von der CSG-Partner hat sich gekocht. Mit den Tränen, D.O. Endstand mit Landkrieg 2-1 für die Nutzungspiele. Vitamin und Pugliari haben am 1. Mal zur Zahl so aus, dass wir sehen, die Klage für die Niederlage passieren müssen in der zweiten Halbzeit, dass sich der Schrieb gelandet ist. Frau Lutzersatz, das ist ein Rückenkrieg. Das ist ein Rückenkrieg. Ja, das ist eh nicht. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir zu den Rekordnahmen haben. Ich weiß nicht, aber die Riesen-Torschance vom Ausländer-Zimmermann, der beide zum Schluss kommt in 2016. Ich denke, in unserer Lage, in der jetzigen Lage, hätten wir uns eine Einzel-Rückführung einfach sehr, sehr gut getan. So war es genau anders, dass die Gegenzug Spielberg dann mit der ersten Torschance in der Europäischen Union ging. Wir haben in der ersten Halbzeit mehrere Rutsche. Wir haben sehr, sehr schlecht verteidigt. Wir haben den Kontakt zu den Stürmern von Spielberg immer wieder verloren. Die konnten Bälle behaupten, konnten sich eben so sehr, sehr viele Chancen aufspielen. So ist dann aus 2-0 zu Schanikoff. In der ersten Halbzeit kam da noch dazu, dass wir eigentlich sehr, sehr viele Aktionen in dem 16er Rutschanspielberg hatten. Aber unsere Abschlüsse einfach nicht diese Qualität hatten. Um dann wirklich in Berlin zu sein. Da hätte es einfach die mögliche Entschlossenheit dann Tore machen zu holen. So sind wir dann auch so glücklich mit 0-2 in die Halbzeit gegangen. In der Halbzeit waren wir eigentlich sehr besonnen. Und zwar kamen wir mal hier und so machen, dass das dann alles noch drin ist. Wir haben dann einen Tag geschützt gestellt. Auf der Kalierkette hatten wir es dann hinten wesentlich Messer. Wir konnten viel früher in der Bälle auch gewinnen. Wir haben mit dem A-Jug mit Luis Mayer und dem A-Jug-Spieler verwirklich auch, der offensiv sehr gut ein Tänke gesetzt hat. Wir wollen dann auch noch festspielen. Wir hatten mehr Ball, wir sind mal höchstens vorne. Wir machen dann das 2-1. Und dann habe ich jetzt eingetippt, was wir gehofft haben. Dass es einfach nochmal spannend wird, dass wir nochmal alles reinlegen wollen und uns den Punkt zu holen. Ich denke, am Ende, ja, es ist ein verdienter Sieg. Aber ich denke, wenn das 2-2 fällt, wie in der letzten Aktion, hätten wir auch nicht mal heute gerne mitgenommen. So war es leider nicht der Fall. Und wir müssen einfach nächste Woche dann beim Heimspiel die Dinge, die man in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht hat, gleich mit der Nachbarn auf den Platz gekommen und mit Möglichkeit haben. Ja. Ich rüberkomme eine gute Runde und fange zurück. Und dann sind die Runde und jetzt auch eine gute Erfahrung. Ja. Und endlich, endlich im 6. Anlauf der ersten Halskriege. Wir haben alles so lange gewandelt. Und natürlich auch unser Paus verschiene alles in trockenem Tüch. Und es ist halt hier fest, wenn Sie in der zweiten Halbzeit mit den zahlreichen Ziemerschauen. Das war doch doch so zu, dass Sie das hier kommen. Das ist selbst in der Wahrheit, ich dachte erst dann, dass man das eigentlich nicht mehr anfangs war. Ich habe den Eindruck gemacht, dass man besser spielen kann. Das 1-0, das 2-0, was man dann für mich hat. Meiner Meinung nach 5-6 Torchancen, wo man sich auf eine sichere Seite stellen könnte. Die Bezahltssituationen in die Box, drei Kinder. Wollen wir dann einfach vor konsequente Kinder ausspiegeln, dass wir einfach rutsch angehen. Und dann gehen wir mit unserem eigenen Platz, wie man bis jetzt in dieser Runde da gemacht hat. War es ja klar, wenn man anschließend besser klingt, wenn man fängt wieder an. Dann sind sie da neben der Kind praktisch in B. Wir stehen da noch hinten im Treppenrück, nehmen wir nach und wollen das Spiel über die Zeit bringen. Und an der Mannschluss trefft. Das war aber trotzdem noch die Möglichkeit daheim. Denn jetzt an die Situation im Alexander-Zimmermann, wo wir zum 4.2 im Strafraum sind, der Völder-Lohn trefft. Dann waren die Entscheidungen, weiß ich, aber knapp am Gegnerin, statt auf dem anderen Quellen. Und dann ziehen wir mal an, bis in die letzten Minuten rein, wo es 4.000 wurde. Und es muss zum Ende dann froh sein, dass man 2-1 gewinnt. Das war jetzt natürlich schwierig. Und da waren vor dem Schlieb, wo es mit dem Druck gestanden war. Und dann haben wir drei Punkte zu machen. Das hat man in der ersten Nacht seiner Mannschaft, meiner Meinung nach, überhaupt nicht angemerkt. Und nach dem 2-1-Sieg-Treffer war man gemerkt, es könnte ja wieder irgendwas passieren. Dass man dann mit dem Sieger vom Platz geht und es dann die Beine schwer gemacht wird. Und dann war einfach, dass man es geschafft hat. Und der 2-1-Sieg, wenn man denkt, es zu sehen. Jetzt müssen wir schauen. Das war eben eine praktische Überlegung bei der Auswechslung von Anwendungszimmern anbieten. Ich habe schon was erfüllt. Ich habe schon versprochen, dass man natürlich die Lieder ab der Seite stattfindet. Und ich hoffe, dass man mit Leibniz. Und ich habe natürlich versprochen, dass der Gegner uns ja gespielt hat. Wer aus den Tiefenzonen agiert hat. Und ich meine, Jonas hat natürlich mehr Geschwindigkeit. Ich meine, dass man einfach mit Leibniz. Und das Spiel kann. Und dass man das Spiel entscheiden kann. Weil Jonas ist halt im Gegensatz zum nächsten Spielertrennen. Der Gegner ist gut. Und der Alex war mit Leibniz. In der Bauchwelle. In der Box drin. Und da war man eigentlich in dieser Phase. Da war man einfach aus hoher Positionen gespielt. Da war man eigentlich verschwinden worden. Seht an der Beineißen. Da war man dann über alles weg. Ich habe mich entschieden, die Seite exakt an der Beine zu stellen. Und dann in der Schärfe und Spielberg nicht um das zu stellen. Nein, Gefehle. Ich habe ihn noch mal reichen. Jetzt fünf Meter nach. Nun stark in der Box. Jetzt fünf Meter nach. Jetzt fünf Meter nach. Das ist heute. Das wird schwer. Das ist so einfach gut. Ja, das war uns aber schon vorrei. Ja, wir waren noch mal. Wir waren Profile. Wir waren gerade aufsteigend. Aber wir waren ganz ehrlich. Als letzte Mannschaft, als 18. Mannschaft noch in die Liga reingekommen. Uns war es klar, dass sich bis zum Ende sehr, 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 eng wird. Aber ich bin der Felsenkölzer davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, die Mannschaft nicht drücken zu lassen. Das hat uns in den ersten Elfspielen auch gezeigt, dass wir auch diese Punkte holen können. Klar merkt man natürlich auch, dass das heute jetzt einige Spiele natürlich auch gefehlt haben. Ich bin der Felsenkölzer davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, um die Liga zu halten. Wie gesagt, da glaube ich ganz, ganz fest. Also, ich bin der Felsenkölzer davon Untertitelung des ZDF für funk, 2017